Es funktioniert wirklich, die Abkürzung. Anderfüßig muss man da rechts rundherum fahren, aber wir haben die Abkürzung genommen, durchgetaucht. Und da ist der Wal, oder die Delfine. Wooo! Komm, wir versuchen den Wal zu nahmen. Jaa! Maximum Power Wal! Oh shit. No problem. No problem. Yeah! Jetzt kommt's. Okay! Yeah! Okay! Nice! Okay! Oh! Final! Keep it up! Maximum! You're about 5 seconds ahead! Maximum! You're about 5 seconds ahead! Das ist der beste Kommentator, ist das hier. Maximum! You're about 5 seconds ahead! Maximum! You're about 5 seconds ahead! Oh Gott, das ist... Das ist Kommentator 2014. Geiler Kommentator hier. Wooo! Der Kommentator ist viel besser als bei FIFA 14. Wobei ich nicht weiß, wie der bei FIFA 14 ist, aber... Der Kommentator toppt alles hier. Der Beste. Cheater! 7 Punkte! Great race! Leute, in diesem Spiel... Ich kenne alle Welten in- und auswendig, ja? Alles! Ich hab das Spiel so gesucht, dass ich klein war mit meinem... mit meinem Kumpel von mir. Geil! Ich bin nur so ein Max-Speed-Attack. Yes! Giii! You want to craft! Nintendo 64! Kawasaki! Kawasaki Copyright! Maximum, you're about 5 seconds ahead. So geil. Er ist so geil. You are the champion. Congratulations. Congratulations. Maximum, you're about 5 seconds ahead. Beste. Beste. So nämlich den Titel von dem Highlighter. Maximum, you're about 5 seconds ahead. Oh Gott, die Kommentare sind bei FIFA. You can move up to the next class. Er übertönt seine Stimme schon fast mit class. Class. Yes. Ich bin Hull. Gebt euch die Effekte von der Namensangabe hier. Blipp. Blipp. Und... Hulli, schon mal Ninja Warrior gesehen? Daran findest du jeden Kommentator langweilig. Ninja Warrior, nein, hab ich noch nicht gesehen. Ich kenn's nicht, Ulti. Gebt euch die Ärmel. Oh Gott. Tschüss. 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 Vielen Dank.